Ja, hallo, heute wollte ich mal eine App vorstellen, die nennt sich QuickPick. Das ist eine Galerie-App, diese ist kostenlos und ja genau, warum sollte man, ich werde dann auch noch zeigen, warum man die Standard-Galerie durch zum Beispiel QuickPick ersetzen sollte beziehungsweise warum in meinen Augen QuickPick bis jetzt die beste kostenlose Galerie ist, die ich finden konnte. Ja, viel Krempe hier liegen und genau, ja dazu starte ich mal die App. So und natürlich, meine Held jetzt als erstes in dieser App eine Übersicht in der Galerie, also welche Bilder sind vorhanden. Jetzt habe ich hier ein paar Bilder, ich zeige das mal so, ja jetzt, ich habe das hier dunkel gemacht. Genau, also das ist jetzt, ja Bilder vom 23.8., 1.8., ja von einer Freundin die Bilder und den Wallpaper, das ich mal gemacht hatte, zum Beispiel. Also natürlich, umso mehr Bilder man hat, umso mehr bekommt man da auch aufgelistet. So und jetzt natürlich erstmal ein Bild. Es ist nicht ganz so schön dargestellt wie die, ja, Stock Android-Galerie, aber ich finde es doch ziemlich übersichtlich, zweckdienlich. Wenn man, also da drin versucht zu scrollen und so weiter geht es, also jetzt bei dieser über sich gerade nicht, aus welcher Funktion funktioniert ich, also Pinch, Zoom über das Bild, wie man es aus Apple wahrscheinlich kennt, funktionieren jetzt auch nicht. Ich öffne aber einfach mal ein Bild. So und das sind jetzt Bilder, man muss sozusagen, die sind, ja, ja, ich glaube das sieht man sogar hier, also die sind so um die 8 bis 15 Megabyte groß. Die habe ich selber geschossen, sind aus dem RAW-Format entwickelt worden und sind dadurch extrem scharf. Also ich bin da jetzt, wie soll man so sagen, so ein schöner Pixel-Pieper. Also ich achte da sehr wirklich auf die Schärfe und die Standard-Android-Galerie hat die Bilder immer runterskaliert und durch dieses Runterskalieren werden die nicht unscharf, aber es gibt dann einen lustigen Effekt und der nennt sich Oversampling. Das bedeutet, wenn man mehr Pixel auf die Fläche bekommen will, als dass diese Fläche wirklich anzeigen kann, dann entfallen Pixel, beziehungsweise zeigen sich kleine Treppchen. Das hört sich jetzt eigentlich negativ an, aber dadurch erscheinen die Bilder wesentlich schärfer, als wenn man sich jetzt auf die Auflösung des Endgerätes runterskalieren würde. Soll heißen, wenn jetzt ein Bild von 14 Megapixel jetzt, also über 4000 Pixel jetzt in den Breiten und Höhen, auf eine Tablet-Auflösung 1280x800 runterskaliert wird, dann erscheint das Bild zwar scharf, aber es würde schärfer erscheinen, wenn das Bild in der Originalgröße angezeigt werden würde. Das klingt jetzt komisch, ich glaube, das sollte hier jeder mal ausprobieren. Also die App, wie gesagt, kostet nichts und einfach mal vergleichen. Und ihr seht wirklich die Unterschiede da drin, dass die Bilder einfach schärfer erscheinen und auch schärfer sind. Weil bei Android aber sozusagen so eine Art Thumbnail gemacht wird, wird dann, also wodurch dann die Größe, wie soll ich sagen, ja also auf den Monitor angepasst wird, also wird dann irgendwie zwischengespeichert, geht das Umherschalten schneller. Also hier schalte ich jetzt umher, ich wechsle zum nächsten Bild, es dauert einige Sekunden und erst dann ist das Bild in der vollen Auflösung da. Also es gibt vorher auch immer dieses Thumbnail, was aus der Vorschau generiert wurde und dann dauert es immer ein paar Sekunden und dann ist das Bild immer in der vollen Auflösung da. Bei der Android-Galerie wird das anders gemacht, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ranzoome, dann wird das Bild auch nicht nachgeschärft, sondern es bleibt wirklich in der Auflösung, wie ich es einmal hatte. Bei Android kennt man das, dass dann sozusagen für jede Stufe immer ein neuer Schärfegrad beziehungsweise eine neue Skalierung gewählt wird, also das Bild wird immer wieder nachgeschärft und so weiter man reinzoomt. Dafür ist diese Galerie jetzt vielleicht nicht so flüssig und nicht ganz so, ja wie soll man sagen, also es fühlt sich eher, sie zieht nach, wenn man die Bilder wechselt, wie man vielleicht das sieht. Dabei sind die Bilder dann auch eben in der vollen Auflösung und sie werden nicht mehr nachgeschärft. Und ich finde eben dieses, die Bilder wirken echt wesentlich besser, wenn sie in dieser vollen Auflösung dargestellt werden. Bei dem dauert es, also man merkt, umso größer das Bild wird, umso länger dauert es. Jetzt habe ich natürlich schon Extreme gewählt, also ich habe jetzt nicht irgendwie das Smartphone-Foto genommen, was das Galaxy Tab selber macht oder sonst ein Smartphone oder vielleicht auch was viele andere als von ihren normalen Home-Kameras haben, diese 3-5 Megabyte-Bilder, sondern ich habe dann wirklich jetzt schon RAWs genommen, ja also RAW entwickelte JPEGs genommen, die auf 100%, also keine Komprimierung oder keine signifikante Komprimierung da jetzt drin hatten. Also es gibt natürlich immer noch die JPEG-Komprimierung, die sind natürlich drin, aber wenn man also will, es gibt da 12 Stufen der JPEG-Komprimierung und das ist jetzt Stufe 12, keine Komprimierung. So, ich hoffe mal, das sieht man auch immer auf den Videos, okay, das ist jetzt hier mit einer geringen, also mit einer offenen Blende gemacht. Also jetzt hat er zum Beispiel auch wieder nachgeladen. Gut, so, unscharf. Scharf. Ich hoffe mal, das sieht man so halbwegs. Ich habe auch versucht, die Kamera jetzt, also auch mit dieser Kamera, mit der ich das hier gerade aufnehme, mache ich auch die Fotos. Und ja, wenn ich dann natürlich zurückklicke, komme ich dann wieder zurück und wenn ich dann wieder die Fotos anklicke, müssen sie natürlich erstmal wieder geschärft werden, beziehungsweise nicht geschärft, sondern wieder in der vollen Auflösung dargestellt werden. Gehe ich ein Foto vor, äh, beziehungsweise hier jetzt wieder zurück, schärfen, ich gehe wieder vor, schärfen. Und, also, dieser Prozess ist ständig, also es ist nicht, dass man jetzt hier einfach zack, zack, also man kann hier natürlich auch durchwechseln, man sieht aber schon, es ist, wie man so schön im Englischen sagt, äh, choppy. Also es ruckelt immer so ein bisschen, beziehungsweise ist es nicht ganz so schnell in der Reaktionszeit, weil die Bilder eben in ihrer vollen Auflösung immer wieder versucht werden, geladen zu werden. Okay, und dann ist es jetzt, so, hier zum Beispiel auch scharf, also es dauert ein bisschen. Natürlich ist es dann auch mit dem, also auch mit dem Rotatoren-Sensor wird das natürlich, äh, arbeitet die Galerie zusammen, geht jetzt im guten Ton, ist ja Standard. Und, äh, genau. Da ist das eigentlich ziemlich schnell, auch eben das Pinch-to-Zoom ist ziemlich schnell. Ähm, was ich jetzt hier schon in der Galerie eingeschaltet habe, von Haus aus werden die Bilder in 16-Bit gerendert, äh, weil die Galerie, also Quick-Pick hat sich gesagt, ja, also die Leute wollen dann ja schon ihre, weil wir das eben in dieser, auf, oder weil wir dieses Verfahren zur Darstellung haben, oder so machen, also wir stellen ja die Bilder so dar, ich mach mir das hier ein bisschen gerade wieder, ähm, so, äh, weil wir das so haben, stellen wir die Bilder nur in 16-Bit erstmal dar. Ja, man muss 32-Bit, äh, explizit aktivieren, das zeige ich aber auch noch gleich, wo das funktioniert, ähm, damit das alles, ja, ja, also flüssiger funktioniert, deswegen haben sie 16-Bit. Okay, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen auf die Option ein, also da oben gibt es diesen lustigen Pfeil, da sieht man, die ist so richtig schlecht, muss ich gerade sagen, ich versuche die Kamera mal ein klein bisschen, so, ähm, also da oben sieht man diesen Pfeil, über den gelangt man ins Optionsmenü, normalerweise kennt man ja das hier unten immer, also hier bei Android, äh, also seit 3.0, seit Honeycomb, oder eben dort oben immer diese drei Punkte angezeigt, wenn der ehemalige Menüknopf, den hat man sich aber irgendwie hier oben hingemacht, funktioniert genauso beim Handy, also beim Handy ist es genauso. So, und jetzt gehen wir, ja, Kamera, man gelangt direkt auf die Kamera-App, ähm, startet die ganz normale Kamera-App, die man als Standard genommen hat, sei es jetzt Android oder sei es eine andere. Ja, jetzt kann man die Sortierung auswählen, äh, nach Fahrrad aufsteigen, Datum absteigend und so weiter, ähm, ich denke mal, das ist selbst erklärend, versteckte Datenanzeigen, jetzt sind jegliche Sachen da drin, die versteckten Daten sind, äh, Daten auch, zum Beispiel der Browser-Cache, oder irgendwelche Bilder, Thumbnails, die eine, ähm, die eine App mitgebracht hat, also all solch ein Quatsch, den will man eigentlich gar nicht in der Galerie haben, aber es besitzt eben die Option, dass man es kann. Äh, ja, neu ordnet, dann macht man sich eben eine neue Galerie, da oben sieht man dann den Pfad, ähm, ja, an dem ganz normalen SD-Card, also das ist ja jetzt hier der interne Speicher beim Galaxy Tape Pictures, wie man es kennt und da drin habe ich ja auch schon ein paar Bilder rein gemacht, Abbruch, so, ja, die Sortierung hatten wir schon, Kamera auch, jetzt gehen wir mal auf die Einstellungen, so, äh, jetzt hat das relativ viele Einstellungen, ja, über ist klar, das sind die, ähm, Informationen über die App als solche, äh, Details, man kriegt dann auch die Details angezeigt, wenn man es empfehlen will, ja, äh, spenden, man spendet, man ruft die Internetseite dadurch auf, äh, genau, aber gehen wir das jetzt mal von oben hier auch an, ich, äh, man kann, hier auswählen, ich will das, äh, beziehungsweise man kann hier den hellen Hintergrund, wie man ja gesehen hat, in der Übersicht gab es einen, ist das der dunkle Hintergrund, meiner Meinung nach ist dieser auch zu empfehlen, weil die Bilder dadurch einfach wesentlich besser wirken, äh, aber wer eben den Geschmack hat, äh, das dunkle gefällt mir hier so nicht, ähm, ich will den hellen Hintergrund haben, dann wird der Hintergrund weiß, das ist ganz, äh, schlicht und einfach, also heller Hintergrund ist weiß, äh, kein Haken bei hellen Hintergrund, dann ist der Hintergrund schwarz. Bei Videos anzeigen, äh, wenn man Videos auf dem Telefon, Tablet, wie auch immer hat, denn wir werden diese auch mit in der Galerie angezeigt, wie man es bei Android auch kennt, also von dieser Haus-Aus-Galerie, ich benutze meinem Galaxy Tab aber hauptsächlich, um Bilder anzugucken und, äh, die Videos wollte ich nicht haben, die habe ich zum Beispiel extra im, äh, im MX-Player drin, äh, der die ja auch anzeigt, dafür keine Bilder und von dort aus habe ich jede App, die mir dann irgendwie speziell was anzeigt. Von Haus aus ist dieser Haken hier drin und, äh, zeigt dann eben auch Videos an und spielt sie da auch drin ab. Ordneransicht. So, jetzt kann man dann hier auswählen, welche Ordner mit eingeschlossen werden sollen bzw. welche Ordner mit ausgeschlossen werden sollen. Äh, von Haus aus ist dort gar nichts drin, oh, 2, 1, 2, 2, also ist da nichts drin. Wenn man aber explizit Ordner dort einschließen will, ich sag mal, äh, das Einschließen von Ordnern hat jetzt vielleicht nur bei versteckten Dateien, die man normalerweise ausblenden will, aber dann doch noch manche Anzeigen lassen will, kann man, ja, dort reinbauen. Äh, oder man hat ausgeschlossene Überordner und will eingeschlossene Unterordner haben. Also, sag ich mal, man hat irgendwie Geburtstag, äh, oder, also 22. Geburtstag hat man ausgeblendet, will aber irgendwie, äh, da einen Unterordner mit einblenden. So, solche Sachen. Ja, logische Sortierung nach, also bei jedem Punkt steht natürlich immer noch die kurze Beschreibung da drunter. Ja, logische Sortierung, ähm, ja, also man kann jetzt hier anklicken, wenn der, häufig ist es ja so, dass die Kamera die, die Fotos benennt, äh, nach einer, ja, in der Regel steht da ein alphanumerischer Code drin. Den kann man aber als Mensch ziemlich leicht lesen. Also, ich glaube, bei mir ist es, also im Ordner DCIM steht das natürlich drin. Und dort steht dann DCS oder DC, ja, irgendwie so auf jeden Fall, Unterstrich, dann kommt eine fortlaufende Nummer und nochmal ein Unterstrich. Und diese fortlaufende Nummer ist entweder die Auslösungen, die es an diesen, die die Kamera schon hat. So ist es zum Beispiel bei mir der Fall. Bei mir sind sämtliche Fotos, die ich jemals getan habe, durchnummeriert. Egal, ob ich sie auch danach gelöscht habe, äh, also jedes Foto hat eine, ja, hat die Auslösungsnummer der Kamera. Ähm, bei vielen anderen Kameras, ich sag jetzt mal kompakteren Knipsen, äh, die benennen es nach Tagen. Also, wie viel Fotos wurden an diesem Tag geschossen oder Uhrzeiten werden eingebaut. Und das kann eben diese QuickPick als solches erkennen und sortiert die Fotos dementsprechend. Ähm, ja, dann bei zuletzt betrachteten Ordner, da immer, wenn man jetzt die Galerie geschlossen hat, dass dann immer der zuletzt Betrachtete wieder aufgerufen wird. Ich sag mal, man hat jetzt Urlaubsfotos und so weiter. Ähm, und, also, wie man es beliebt. Also, es ist natürlich klar, ich weiß nicht, wenn ich einen Ordner zumache oder so weiter, dann ist es für mich nicht logisch, dass ich dann sozusagen automatisch wieder an der letzten Stelle geöffnet bin oder auch wenn ich meinen Computer hochgefahren bin, dann öffnen sich ja nicht die, die letzten Programme, die ich vor dem Runterfahren geschlossen hatte. Manche wollen es so, dann kann man eben diesen harten reinmachen. Für mich ist es einfach eine Gewohnheitssache. Ich bin es so nicht gewohnt, muss ich sagen. Ähm, ja, dann die Systemstatusbar aus- oder einblenden eben und das ist eher für Android 2, 2 und 2.3 etwas, 2.1 natürlich auch, äh, dass diese Statusbar ausgeblendet oder eingeblendet wird. Äh, transparente Titlebar, ähm, das ist nur für Custom Wands. Äh, ich konnte beim Tablet noch keinen Unterschied feststellen, muss ich sagen, ob ich den Haken jetzt drin habe oder nicht. Bilderrahmen anzeigen, ist, äh, in der Übersicht kriegen die Bilder einen 1 Pixel breiten bzw. dicken Rahmen. Äh, sehen damit, also es sieht irgendwie besser aus, muss man echt sagen. Ähm, ich nehme den mal raus. Genau, jetzt haben die keinen Rahmen. Das kann natürlich jeder so machen, wie er beliebt. Ähm, Quatsch, den machen wir wieder rein. Den machen wir wieder raus. Äh, rein. Den nochmal. Also, man sieht jetzt hier vielleicht schon, hier gibt es jetzt einen 1 Pixel breiten Rahmen und auch jedes Bild hat einen 1 Pixel breiten Rahmen. Ich finde es besser, aber es ist wieder eine Geschmackssache. Aber ich finde es gut, dass sowas zum Beispiel, solche Feinheiten, äh, wieder zur Einstellung angeboten werden. Genau, Ordneransicht. So. Ja, und versteckte Daten schützen. Also, dass man irgendwie, man kann ja aus dieser Galerie dann natürlich auch Sachen löschen. Äh, dass man zum Beispiel nicht von einer App, ich sag mal die, man hat eine, 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 eine Multimessenger-App und die Smiles sind ja in der Regel PNG-Bilder oder irgendwelche GIFs oder so weiter und man löscht die aus Versehen und dann fehlen die. Und vielleicht verweigert dann sogar die App, äh, die App eben den Dienst. Also, das kann man dann davor schützen. Vom aus Versehen, also vom versehentlichen Löschen. Okay, jetzt gehen wir auf den Bildbetrachter. So, jetzt kann man natürlich, äh, ja, hier das mit der Bildschirmrotation kann man ein- und auswählen. Äh, ja, also wie das dann zum Beispiel durch den Lagersensor, durch das Bildseitenverhältnis, also wie die Bildausrichtung geändert werden soll. Einfaches Tab-Zoom, das bedeutet, man tippt einmal mit dem Finger drauf und, äh, er zoomt rein. Für mich war es ungewohnt. Also, das hat eigentlich nur Sinn für, ich sag mal Android-Geräte, Telefone, die kann Multitouch können. Und sonst sehe ich da, oder nur schlecht Multitouch. Also, ich erinnere, ich hab nämlich noch einen Desire, auch noch, oder zum Beispiel das HD2 mit Android, hat dieses sogenannte Achsenflippen, äh, das ist so ein Fehler. Da wird dann, ja, die können nicht richtig Multitouch. Also, die können zwei Punkte auseinanderhalten, aber sobald die Finger sich gegenseitig drehen, vertauscht ihr wieder die Position der Finger. Also, klingt komisch, aber wenn ihr danach googelt, dann könnt ihr euch das angucken. Pocket-PC, da hat er sehr gute Videos drüber gemacht, damals. Heute ist das Problem schon lange nicht mehr vorhanden. Damals zum Beispiel, ich glaube, dass die Saga kann nur zwei Punkte Multitouch und, äh, man hat eben dieses Achsenflippen-Problem und heutige Geräte, zum Beispiel, ich glaube, die Samsung Galaxy-Geräte, die können alle zehn Punkte Multitouch, die Sony Ericsson-Geräte können nur acht Punkte Multitouch, auch die Tablets. Also, das hat sich mittlerweile erledigt. Achsenflippen gibt es auch nicht mehr. Ähm, dafür würde ich das jetzt nur nehmen. Also, es ist einfach immer diese schöne Gewohnheit, man, 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 man hat dieses Pinch-to-Zoom, so wie es ja hier auch vorhin schon gezeigt hatte, und, äh, man zoomt in die Bilder rein. Detailsanzeigen. Äh, dieser haken jetzt von Haus aus raus, also nicht gelockt. Ich habe ihn eingeschaltet, weil immer wenn ich einmal auf das Bild drauf tippe, dann erscheint oben und unten zwar so eine Leiste auch, aber es erscheint dann auch unten eine, kann ich auch noch gleich mal zeigen, oder ich zeige es jetzt, passt ja eher. Gehen wir mal auf ein Bild. Gehen wir mal auf das Bild hier. Also, jetzt lassen wir ihn gerade laden. So, ich klicke einmal drauf und dann erscheint unten zum Beispiel der Text. Ähm, der Text ist gut. Da unten erscheint dann welche Belichtungszeiten, welche Blende, äh, oder zum Beispiel die Lichtempfindlichkeit des Films, natürlich dann auch noch, äh, die Größe des Fotos, Uhrzeit und, äh, ja, Datum. Solche Sachen werden, uh, solche Sachen werden angezeigt. Wie soll ich sagen, also so, die rudimentären Exif-Daten. Gehen wir wieder auf einstellen, Bildbetrefter. Ähm, ja, maximale Helligkeit, äh, hatte ich erst drin, habe ich dann doch wieder rausgenommen. Äh, dass wenn Bilder angezeigt werden, der Bildschirm immer auf die maximale Helligkeit geht, egal was der, was der Umgebungslicht, so einem sagt, oder was die eigene Einstellung bei der Helligkeit auch, äh, also was man dort eingestellt hat. Ähm, beim Handy habe ich es eingestellt, weil ich es doch sehr praktisch finde und weil das Handy-Display irgendwie nicht ganz so brillant scheint, schon fast wie das vom Tablet. Und von daher habe ich das dann beim Handy eingeschaltet, dass immer bei jedem Bild, also bin ich jetzt hier in dieser Galerieübersicht, in den Einstellungen zum Beispiel, ist der Monitor auf der gelimmten Helligkeit. Sobald ich ein Bild aufmache, geht der Monitor auf die volle Helligkeit. Ja, animierte GIFs sollen abgespielt werden, der Haken muss auch erst reingemacht werden. Und hier er zwinge 32-Bit-Farbausgabe. Darunter steht auch sozusagen eine Warnung, Farbdarstellungen erfolgen immer in 32-Bit-Echtfarben, reduziert unter Umständen die Auflösung. Ähm, ja, nein. Also das ist, die Fotos sehen wesentlich besser aus, wenn sie natürlich unter 32-Bit aufgenommen wurden und dann auch angezeigt werden, worin die Auflösung etwas reduziert ist, beziehungsweise wenn man in die vollste Zoom-Stufe, also per Pinch-to-Zoom reingezoomt hat, dann sehen die Bilder unter 16-Bit-Echtfarben, sieht etwas schärfer aus. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das dann an den reduzierten Farben liegt, ähm, oder, also ich sag mal, selten zoomt man so weit rein, dass man das gesehen hat. Ich meine, ich hab ja vorhin richtig reingezoomt und das war das Ende der Auflösung. Und, äh, ja. Also von der eigentlichen Ansicht her, diese grundlegende Ansicht, die ich da sagte, also wenn man das Foto als Gesamtes sieht auf dem Display, dann ändert sich da nichts an der Auflösung, außer dass wesentlich mehr Farben angezeigt werden und da sieht man deutlich meiner Meinung nach. Ja, dann Bildhintergrund Rastern, das ist zum Beispiel für transparente PNGs oder GIFs, also der sogenannte Alpha-Kanal, dann, äh, hat man keinen weißen oder dunklen Hintergrund, sondern, ähm, so ein Raster. Das sieht aus wie ein kleines Schachbrettmuster. Ja, der Diashow-Intervall ist dann sozusagen, äh, wieviel Sekunden ein Foto angezeigt werden soll. Äh, ja, 60 oder eine. Eine wäre, glaub ich, sehr kurz, aber das kann man ja machen wie einem beliebt. Oder Bilder mischen, also den Shuffle-Modus beziehungsweise Random. Dass, äh, in der Diashow die Bilder in unterschiedlicher Reihenfolge wiedergegeben werden, werden und nicht in der sortierten. So, Vorschot-Zwischenspeicher. Ja, benutze den, äh, System-Medienspeicher. Ja, ich denke mal, also hier kann man jetzt sozusagen systemspezifische Sachen einstellen. Äh, ja, also zum Beispiel, dass hier auch die, die Größe des, also beziehungsweise ein Vollbildschirm zwischengespeichert werden kann. Äh, und, naja. Also hier dieses mit sparte Energie, ich weiß nicht, ob man das haben will. Ist natürlich, da wird der, wird der Prozessor nicht so ganz, nicht so stark belastet, wenn das Laden verzögert ist. Und da muss man jetzt aber weiterlegen. Also wenn man jetzt, äh, die Bilder, ich sag mal, man lädt ein Bild normalerweise eine Sekunde und durch das verzögerte Laden lädt man jetzt zwei Sekunden. Und durch das, äh, Laden in einer Sekunde ist der Prozessor eine Sekunde lang auf 100% belastet. Oder dann später eben beim verzögerten Laden zwei Sekunden auf 50%. Das als Gedankenanreiz, weil, äh, dann ist es natürlich fraglich, ob es dann überhaupt noch was bringt, äh, dieses verzögerte Laden. So, also da gibt's, äh, kleine Vergleiche auch, oder häufig wird das so gemacht. Sie hat immer gesagt, der Intel Atom verbraucht wesentlich weniger Strom, ähm, ist er aber für nicht ganz so schnell. Aber wenn man jetzt, äh, das gegenrechnet mit einem aktuellen Rechner, beziehungsweise nicht aktuellen, beziehungsweise mit einem wesentlich schnelleren Prozessor, am Core S3 zum Beispiel, dann ist der Hinterleitung gar nicht mehr so viel Strom sparender, weil der eben für diese Zeit, äh, der braucht eben wesentlich mehr Zeit für die gleiche Aufgabe und verbraucht dann natürlich auch Energie, während der schnelleren Prozessor schon längst fertig ist. Ja genau, und das ist die große Vollbildvorschau, das sind, äh, ja, große Vorschaubilder. Ja, jetzt kann man den Cache löschen oder Minivorschau löschen. Genau, und das war's jetzt hier eigentlich schon in diesem, ich versuche hier nochmal, äh, wenn man jetzt, man kann den Style ändern, hier oben mit diesem Knopf, also ich hoffe mal, der sieht man, oh, also dort ist ein Knopf, und damit kann man den, den Stil ändern. Wow. Und dann hier erhält man dann noch ein paar andere Optionen. Also dieser Optionsbutton, der vorne, ähm, also in diesem Menü hier eine ganz andere Sache gebracht hat, nämlich dieses Menü, bringt, wenn man jetzt in diesem Menü ist, äh, andere Punkte. Diashow kann man sich jetzt hier erstellen lassen, beziehungsweise anzeigen, und dann läuft eben die Diashow durch. Genau. Ähm, sortieren, verstecken, Datum korrigieren, Multi-Auswahl, also was man angezeigt haben will, beziehungsweise was man dann alles löschen will, verteilen oder an andere Leute schicken. Und, ja, das ist eigentlich auch ganz praktisch, wie ich finde. So, und, ähm, das war jetzt eigentlich sozusagen diese Galerie. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier die originale Galerie finde. Genau, da ist sie. Jetzt haben wir dann hier auch schon diese. Hier zeigt er dann natürlich jetzt auch Videos an. Äh, ich geh mal wieder auf den ersten 8. Natürlich, das hier wiegt alles, ja, wesentlich schöner. Hier gibt's natürlich auch noch einen Squall-Effekt, beziehungsweise, das ist ein End-Squall. So, aber die Bilder wirken alle, alle unscharf. Muss ich sagen. Also sie wirken, äh, nicht so, nicht so gestochen scharf, wie jetzt bei Quick-Pick. Wenn ich jetzt zum Beispiel reinzoome, ich weiß gar nicht, ob man das richtig sieht. Äh, ich geh mal hier einen weiter. Zum Beispiel hier rastert er das gerade, hier läuft er gerade lang. Er läuft immer von der rechten unteren Ecke so hoch, sozusagen. Das sieht man dann hier gerade, wie das rastert. Das ist eigentlich, ich denke mal, das wird man auf der Kamera echt nicht sehen. Ähm, ich denke mal, das wird auch vielen Leuten gar nicht auffallen, dass er das so rastert. Und was natürlich auch immer ist, ist das Nachschärfen. Damit kommt zwar Android ziemlich, also Android 4 ziemlich gut klar. Aber bei Telefonen, die jetzt noch ein bisschen langsamere Semester sind, äh, da fällt das schon auf. Und, äh, ich, dieses, dieses immer wieder Nachschärfen hat mich gestört. Aber jetzt nicht so sehr. Dieses, dass das jetzt, dass dieses Bild einfach nicht brillant scharf aussieht, das hat mich am meisten gestört. Also das, was für mich irgendwie ist, nein, Leute. Warum? Warum kann ich das nicht einstellen? Dafür ist das Bild, beziehungsweise das Scrollen, hier, superflüssig. Naja, aber damit muss man leben. Sag ich mal, wenn man jetzt, äh, einfach scharfe Bilder haben will. Unscharf? Scharf. Und das ist einfach, das ist ein riesen Unterschied meiner Meinung nach. Naja. Ich denke mal, das war's. Gutes Klingen.